Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, ja, ewiglich wehrt seine Gnade. Danket dem Gott der Götter, ja, ewiglich wehrt seine Gnade. Danket dem Herrn der Herren, ja, ewiglich wehrt seine Gnade. Ihm der große Wunder tut, er allein, ja, ewiglich wehrt seine Gnade. Der den Himmel mit Weisheit geschaffen, ja, ewiglich wehrt seine Gnade. Der die Erde über den Wassern ausgebreitet, ja, ewiglich wehrt seine Gnade. Der die großen Lichter geschaffen, ja, ewiglich wehrt seine Gnade. Die Sonne zur Herrschaft am Tage, ja, ewiglich wehrt seine Gnade. Den Mond und die Sterne zur Herrschaft bei Nacht, ja, ewiglich wehrt seine Gnade. Ihm der Ägypten schlug an seinen Erstgeburten, ja, ewiglich wehrt seine Gnade. Und Israel aus ihrer Mitte führte, ja, ewiglich wehrt seine Gnade. Mit starker Hand und hocherhobenen Arm, ja, ewiglich wehrt seine Gnade. Der das Schilfmeer in zwei Teile zerschnitt, ja, ewiglich wehrt seine Gnade. Und Israel mitten hindurchziehen ließ, ja, ewiglich wehrt seine Gnade. Und den Pharao und sein Herr ins Schilfmeer stürzte, ja, ewiglich wehrt seine Gnade. Ihm der sein Volk durch die Wüste führte, ja, ewiglich wehrt seine Gnade. Der große Könige schlug, also diesen Wechselreim lasse ich mal aus, ja, und lese das mal so durch. Aber das ist fast so wie bei euch in der Liturgie, ja, wo man diese Wechselgesänge hat. Als ob der Priester den ersten Teil liest und die Gemeinde dann mit dem zweiten Teil weitermacht, ja. Wie so ein Wechselpsalm, ne. Der große Könige schlug und mächtige Könige tötete. Sihon, den König der Amoriter, und Ok, den König von Barsan. Und ihr Land als Erbesitz hingab, als Erbesitz seinem Knechte Israel. Ihm, der in unserer Erniedrigung uns gedachte und uns von unseren Drängern befreite. Der Nahrung allen Geschöpfen gibt, danket dem Gott des Himmels, ja, ewiglich wehrt seine Gnade. Also es ist ein echter Anbetungspsalm, wie man hier hört, der so die Geschichte Israels erzählt und eigentlich mit der Schöpfung beginnt, ja, mit Gottes Person selbst, dann mit der Schöpfung, dann mit der Israelsgeschichte in Ägypten, dann Landnahme und zum Schluss der Gott, der alle Welt versorgt, für alle sorgt, der Gott des Himmels, dessen Gnade ewig wehrt. Also reines Lob Gottes, der die großen Taten Gottes erzählt. Ich habe euch hier mal mitgebracht, ich glaube, das ist, bin ich ganz sicher, ich glaube aus Wikipedia, was ist das große Hallel? Mit dem sogenannten Krim am Sederabend nach dem letzten Segensbecher, also nach Psalm 118 gesungen wird. Jesus hat das auch gemacht, wenn er mit den Jüngern dieses letzte Abendmahl feiert, da sind diese Psalmen gesungen worden. Psalm 136 ist Bestandteil des jüdischen Tanach, beziehungsweise des christlichen Alten Testaments und ist dort beheimatet im Psalmenbuch. Da die Psalmen 135 und 136 eine kompositionelle Einheit bilden, also das heißt auf Deutsch, die gehören zusammen, gehen manche Autoren davon aus, dass Psalm 136 zusammen mit Psalm 135 das große Hallel bilden. Die Bezeichnung großes Hallel hat nichts mit dessen Umfang zu tun. Das kleine Hallel gibt es also auch, das Psalm 145 bis 150 und auch das ägyptische Hallel von Psalm 113 bis 118 sind wesentlich umfangreicher großen Hallel, in dem es Jahwe als den im Himmel thronenden Weltkönig preist, der allen Geschöpfen, Mensch und Tier, Israel und auch allen Völkern Nahrung ist gleich Leben gibt. Also das ist eigentlich so die Kurzform, kurze Erklärung dessen, was das Hallel ist. Dieses ägyptische Hallel, gerade so Psalm 117, 118, könnt ihr auch mal lesen, wenn ihr Zeit habt. Das ist nach dem letzten Abendmahl, nach jüdischem Gebrauch, wird das an dem Sederabend gebetet. Und die Psalmen, die sprechen sehr deutlich von der Kreuzigung und müssen Jesus kurz vor seiner Kreuzigung sehr großer Trost gewesen sein. Also die sprechen unmittelbar das Kreuzesgeschehen an. Und vermutlich hat Jesus die auch mit seinen Jüngern dann auch gesungen nach dem letzten Abendmahl. Ich denke mir manchmal, was das Jesus gesagt hat, wo er die Bedeutung kannte. Und die zwölf um ihn rum, die haben das vielleicht aus Tradition mitgesungen, ob die wirklich verstanden haben, was sie da singen, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich auch im Nachhinein erst. Gut, das war der Psalm. Und ich habe den mal so ein bisschen unterteilt. Dieser erste Teil ist reine Anbetung. Da steht, danke dem Herrn, danke dem Gott der Götter, danke dem Herrn der Herren. Da steht eigentlich hier oben, danket Yahweh, danket Eloah Elohim. Also dem Gott Eloah der Götter, Elohim. Und hier steht, danke dem Herrn der Herren. Da steht Adonai Adonim, also Adonai für der Herr. Ein Zahl und dann direkt Mehrzahl dahinterher. Und Elohim nennt sich Gott ja auch an anderer Stelle immer wieder im Alten Testament. Also meiner Meinung nach ein deutlicher Hinweis darauf, auf die Dreieinigkeit Gottes schon im Alten Testament, obwohl die Rabbiner das extrem ablehnen. Ja, die erklären das alles weg. Aber hier sieht man eigentlich eine Stelle, wo im Hebräischen steht Eloah Elohim. Der Gott der Götter. Also es sind zwei unterschiedliche Bezeichnungen und die Pluralform ist durchaus auch so gemeint. Also lasst uns Menschen machen, steht ja im Alten Testament. Wo die Rabbiner sagen, das ist der Pluralis Majestatis. Aber wenn man die Bibel kennt, auch als Christ, das Alte Testament kennt, Gott spricht nie von sich selber in der Mehrzahl. Im Koran ist das so. Also im Koran spricht Allah von sich selber im Plural. Aber in der Bibel spricht Gott von sich selber immer in der Einzahl. Außer an manchen Ausnahmestellen. Wenn in der Bibel steht im Alten Testament, lasst uns Menschen machen, die uns gleich sind. Elohim. Und dieses Wort Elohim hat man hier auch. Eloah Elohim. Sorry, hier oben Eloah Elohim. Der Gott der Götter. Also das ist die reine Anbetung des Namens Gottes eigentlich, die hier am Anfang kommt. Und dann ist der Psalm unterteilt in die Schöpfung. Dass Gott die ganze Welt geschaffen hat. Auch spannende Aussagen. Gott hat den Himmel mit Weisheit geschaffen. Hat die Erde über den Wassern ausgebreitet. Hat die großen Lichter geschaffen. Ja gut, die großen Lichter werden die Sterne sein, denkt man. Aber die kommen hier unten auch nochmal vor. Vielleicht ist da auch eine zusammenfassende Formulierung für Sonne, Mond und Sterne. Das kann auch sicher möglich sein. Und heute hat man ja viele Leute, die sich auch wieder vorstellen können, dass die Erde eine Scheibe ist. Hör ich immer wieder mal von. Mit dem Himmelsgewölbe. Und die Erde als flache Erde. Hat man hier auch so eine Formulierung, die manchmal da auch benutzt wird und zitiert wird. Der die Erde über den Wassern ausgebreitet hat. Also das wäre praktisch der Anbetungsteil, dann der Schöpfungsteil, Gott als Schöpfer der Welt. Und dann kommt der Teil, wo beschrieben wird, wie Israel aus der Gefangenschaft geführt wird und ins gelobte Land kommt. Und alttestamentlich, neutestamentlich kann man dann auch vielleicht auf die Gemeinde ein Stück weit deuten oder interpretieren, sage ich mal. Die Gemeinde, die auch eine Wüstenwanderung erlebt und aus Ägypten ausgeführt wird und durch die Entrückung dann zu Gott in den Himmel findet. Befreiung habe ich das mal genannt. Das ist die Befreiungsgeschichte Israels vom Auszug aus Ägypten in diesem großen Hallel. Sie rühmen Gott, den Schöpfer der Welt und den Gott, der sie befreit hat aus Ägypten und der sie ins Land geführt hat, der sie nach Hause gebracht hat. Eretz Israel, ins Land Israel. Sieg und Heimat für Israel. Und dann kommt zum Schluss der Erhalter der ganzen Welt. Das ist dieser Psalm, also in a nutshell, sagen die Amerikaner, ja, in ganz kurzen Worten. Sieg und Heimat für Israel deswegen, weil hier zwei Könige genannt werden, ja, Sihon und Ok. Ja, Sihon, den König der Amoriter und Ok, den König von Barsan. Das waren zwei Könige, die Israel besiegt hat, bevor Israel ins Land kam. Und da gab es sehr heftige Auseinandersetzungen. Israel schickte Boten zu Sihon, dem König der Amoriter, und ließ ihm sagen, lass uns durch dein Land ziehen. Wir werden eure Felder und Weinberge nicht betreten und auch kein Wasser aus dem Brunnen trinken. Wir werden auf der Königstraße bleiben, solange wir durch dein Gebiet ziehen. Aber Sihon gab Israel den Durchzug nicht frei, sondern rief sein Heer zusammen und zog Israel in die Wüste entgegen. Bei Jahatz kam es zur Schlacht. Aber Israel brachte ihm eine schwere Niederlage bei und nahm sein Land in Besitz vom Anon an bis an den Jabbok. Dort begann das Gebiet der Amoriter, deren Grenze gut gesichert war. Ja, das sind die beiden Könige, also hier unten der Sihon und hier oben der Ok. Und Israel kommt von hier von Süden nach Norden und hat die beiden Könige besiegt und zieht dann hier über den Jordan ins gelobte Land, hier rüber. Und Manasse zieht nur zum halben Teil rein. Manasse-Gebiet war ungefähr hier und ein Teil von Manasse bleibt jenseits des Jordans hier in dem Gebiet. Das war das, was die Bibel da beschreibt mit den beiden Königen Sihon und Ok, die Israel den Einzug verwehrt haben ins gelobte Land. Israel besetzte die Städte der Amoriter, besonders Hechbon. Hechbon ist die Hauptstadt der Amoriter, 25 Kilometer östlich der Jordanmündung, also im heutigen Jordanien, und seine Tochterstädte und ließ sich darin nieder. Hechbon war die Stadt des Amoriterkönigs Sihon gewesen. Dieser hatte gegen den früheren König der Moabiter gekämpft und ihm das ganze Gebiet bis zum Anon weggenommen. Also das sind diese beiden Könige Sihon und Ok. Hier unten sieht man nochmal, da steht nochmal von Ok. Also nachdem sie dann das Gebiet Sihons eingenommen haben, zogen sie nordwärts zum Bashan. Ok, der König von Bashan, trat ihnen mit seinem Heer bei Edrei entgegen. Edrei ist 100 Kilometer südlich von Damaskus, also auch im heutigen Jordanien, Nordjordanien, Syrien. Ja, wie sagte zu Mose, hab keine Angst vor ihm, denn in deine Hand habe ich ihm sein Volk und sein Land gegeben. Mach mit ihm, was du mit dem Amoriterkönig Sihon gemacht hast, der in Hechbon thronte. Da schlugen sie ihn, seine Söhne und sein ganzes Volk, nicht ein einziger entkam, und sie nahmen sein Land in Besitz. Und auf diese Begebenheiten, da bezieht sich der Psalm 136, wenn er hier davon schreibt, dass Gott große Könige schlug und mächtige Könige tötete, nämlich den König Sihon und den König von Ok und ihr Land als Erbesitz hingab und Israel dort durch dieses Gebiet, durch dann ins gelobte Land zog. Und Gott hat sie von ihren Drängern befreit. Da sind wir eigentlich auch so fast ein bisschen im Thema. Ich wollte nämlich auch gerne, der Walter hat es ja eben schon mal kurz angedeutet, so einen kurzen Gang mal durch die Bibelstunden machen, die wir gehabt haben. Dann kommen wir auch wieder zu dem Psalm 36 zurück. Und ich wollte euch eigentlich zeigen, wie vielfältig die Schrift ist und was wir für eine lange Reise gemacht haben in den letzten Jahren durch die Bibel. Wir sind ja nicht faul gewesen. Ich habe euch ja auch sehr beansprucht. Und ich denke manchmal, das kann man nicht mit jeder Gemeinde machen. Ihr habt also ein sehr gutes Bibelwissen und seid auch sehr interessiert gewesen. Der Walter hat ja eben auch gesagt, dass wir zum Teil auch sehr komplexe Sachen gemacht haben. Auch so erstaunliche Sachen wie die zwei Zeugen und so Sachen behandelt haben oder die Wiedergeburt Jerusalems. Und da seid ihr alle gedanklich mitgegangen. Also das war für mich immer was Besonderes, dass ihr das so habt nachvollzogen. Und wie gesagt, wir waren da nicht faul und manchmal haben wir uns auch sehr gefordert mit den Texten. Und gerade so, wenn der Walter ein Gedicht geschrieben hat über dieses Standbild aus Daniel 2, ich würde mir wünschen, ich könnte das in so knappen Worten sagen wie der Walter. Und die sich dann auch noch reimen. Aber dass der Walter und ihr alle das so verstanden habt, das ist für mich was Besonderes. Weil ich ja im Internet auch in YouTube so einen Kanal habe und da gibt es natürlich sehr, sehr viele. Manche sind besser, manche weniger belesen in der Bibel, die große Probleme damit haben und sehr, sehr viele Einwände. Aber ihr habt das alles nachvollzogen und wie sagt der Paolo, so habe ich gepredigt, so habt ihr geglaubt. Und so ist auch hier gewesen diese lange Reise, die wir gemacht haben. Vielleicht erinnert ihr euch noch hier ran. Das war Sprüche 30. Den Text, den haben wir so ein bisschen aufbereitet. Diese drei und eins, drei Dinge und ein viertes. Drei sind nicht zu sättigen und vier sagen nie, es ist genug. Drei sind mir zu wundersam und vier verstehe ich nicht. Ein Land wird durch dreierlei unruhig und viererlei kann es nicht ertragen. Also man hat immer diese drei und eins Struktur in den einzelnen Versen drin, ja, jedem Paket. Aber diese ganze Struktur des Textes ergibt auch eine drei und eins Struktur. Also dieser, dieser ganze, dieses ganze Kapitel Sprüche 30 war voller drei und eins. Und das haben wir uns angesehen, dass da die ganze Heilsgeschichte in Sprüche 30 drin ist, ja. Das Wesen der Welt, Gottes Weg mit Israel, Israels Abfall, ein Einschub, die Gemeinde, ja, ohne die drei und eins, ja, hier in dem Bereich. Und am Ende das Millennium Gottes tausendjähriges Reich voller Pracht, voller Herrlichkeit. Gott kommt, Gott herrscht auf der, auf der ganzen Welt. Damit haben wir eigentlich mal angefangen. Das war der, war der erste Abend, den wir dann gemacht haben. Da haben wir Jesu Wandel auf dem Wasser. Erinnert euch vielleicht auch noch dran, wo wir ja drei Synopten, nein, das ist nicht ganz richtig, also Markus, Matthäus und Johannes, wenn ich das richtig weiß, die sprechen darüber, wie Jesus über den See Genezareth geht. Und wo diese Stelle ist, Jesus wollte an ihnen vorübergehen. wo wir gesagt haben, wieso, Jesus konnte doch froh sein, dass er dieses kleine Schifflein nachts überhaupt findet, auf dem aufgewühlten See, im Dunkeln, im Sturm, der so heftig war, dass die Jünger gedacht haben, sie müssten sterben mit hohen Wellen, ja. Und Jesus geht übers Wasser zum Boot, stillt auch den Sturm, aber er wollte an ihnen vorübergehen. Und da haben wir uns gefragt, was bedeutet das? Und auch da kann man sehen, dass die komplette Heilsgeschichte in dieser Begebenheit in Bildern bezeichnet wird, ja. Die zwölf Jünger für das Volk Israel, mitten unter den Völkern, auf dem Meer, allein, nachts, der Wind ist ihnen zuwider, sie haben Mühe beim Rudern, Israel in der Nacht der Welt, zwischen den Völkern, aufgewühlten Völkern der Welt. Christus kommt vom Berg in der Begebenheit, vom Berg herab, von Gottes Reich herab, geht quer durch die Nationenwelt, zu den Jüngern, ins Boot, stillt den Sturm. Sofort sind sie am anderen Ufer, ja, obwohl das Schiff mitten auf dem Meer war, also 6,5 Kilometer in null Sekunden. Sofort sind sie auf der anderen Seite, der Tag bricht an, alle Menschen kommen, rühren Jesus an, alle werden gesund. Heil für die ganze Welt, ja. Das war dieses Bild. Und Jesus will an ihnen vorübergehen. Da haben wir eigentlich ein bisschen gestutzt drüber. Also Jesus kommt zum Boot und sagt den Jüngern, Hallo, ich gehe schon mal vor, ja, rudert ihr noch ein bisschen. Ich warte dann drüben auf euch, so nach dem Motto, ja. Er wollte an ihnen vorübergehen. Ich frage immer gerne, wenn man so das Thema auf den biblischen Text bringen will, dann frage ich immer gerne so die eine oder andere Frage, wie kann man jemandem mit einem schweren Ohr abschlagen? Frage ich gerne, wie geht so was? Und dann frage ich auch immer gerne, Jesus ging auf dem Wasser und ging zum Boot der Jünger. Kennt ihr die Geschichte? Dann sagen alle, ja. Sag ich, aber Jesus wollte an denen vorübergehen, an den Jüngern. Nein, das kann ich sein, das steht dann nicht. Doch, das steht im Johannes-Evangelium. Und dann gucken wir dann nach und dann steht das auch da. Und dann sagen die, was bedeutet das denn? Dann sage ich, erst fragt ihr mich und wenn ich es euch erkläre, dann wollt ihr es nicht glauben. Nein, nein, das ist nicht so. Und dann erklärt man es ihm und dann glauben sie es nicht. Aus einer meiner liebsten Fragen, wo wollte Jesus hin? Und da haben wir uns damals mit beschäftigt, dass die ganze Heizgeschichte da drin ist. Selbst Petrus, der auf die absolut absurde Idee kommt, das Boot zu verlassen. Das muss man sich mal überlegen. Jeder normal denkende Mensch hätte gesagt, Jesus, komm schnell rein. Wenn du kein Gespenst bist, dann komm schnell rein ins Boot. Hier ist es halbwegs sicher. Petrus kommt auf die absolut ehrwitzige Idee und sagt, wenn du es bist, Herr, dann heiß mich zu dir raus aufs Wasser kommen. Also wir sind die Geschichte so gewohnt, aber total erstaunlich. Ein Bild auf den Überrest Israels, der das Schiff verlässt, die Sicherheit verlässt, die Sicherheit des Gesetzes, die Sicherheit der Synagoge, die Sicherheit des Priestertums, die Sicherheit des jüdischen Ritus und zu Jesus hinaus aufs offene Wasser geht und im Glauben mit Jesus geht, an Jesu Hand. Bild für die Gemeinde Jesu, ja, begonnen in Israel. Also wunderschöne Bibelstelle. Für mich ein Wunder in der Bibel, muss ich sagen. Warum? Weil das drei verschiedene Evangelisten geschrieben haben, unabhängig voneinander. Die Theologen sagen, die haben voneinander abgeschrieben. Ich glaube, dass die nicht so dumm waren, nicht ordentlich voneinander abschreiben zu können. Es ist anders. Die Texte ergänzen sich. Das heißt also, man braucht Matthäus, man braucht Lukas, man braucht Johannes. Und jeder von den Evangelisten ergänzt etwas zu dieser Geschichte dazu, sodass sich in der Zusammenschau die ganze Heilsgeschichte ergibt. Mit der Gemeinde, mit dem Kommen Jesu zu seinem Volk Israel. Wunderschön. Ist ein Wunder für mich. Also das kann man sich nicht ausdenken. Das können die Apostel untereinander nicht abgesprochen haben. Wunderschöne, haben wir uns angeschaut, ja. Jesus Christus allein haben wir uns angeguckt. Wieso überhaupt, ja? Wieso nicht Jesus und Maria? Oder wieso nicht Jesus und meine Werke? Wieso nicht Jesus und meine Anstrengung? Warum nur Jesus allein? Nein, was, wie geht sowas und was ist der Grund dafür? Und dann haben wir gesagt, wenn es Jesus allein ist, dann muss ich zwar bekennen, dass ich nichts zu meinem Heil dazu tun kann, aber dann ist es auch sicher. Weil wenn es Jesus allein war und er gestorben und auferstanden ist, ist das Heil sicher, weil es bei ihm ist. Und weil er sagt, es ist vollbracht. Wenn es Jesus wäre und ich und meine Anstrengung, könnte ich nie sicher sein, ob ich zum Heil gefunden habe. Aber weil es Jesus alleine ist, das ist heilsnotwendig, weil er allein das Heil für uns geschafft hat und wir nicht mehr tun sollen als nur glauben an das, was er geschaffen hat, dann ist alles gut. Und um das noch zu sagen, heute wird der Glaube oft auch als eine Art Leistung missverstanden. Aber im biblischen Zusammenhang ist der Glaube das Gegenteil von Tun. Ja, der Glaube ist gerade das Nicht-Tun, sondern das lediglich für wahrhalten. Mehr nicht, das Vertrauen, mehr nicht. Israel sollte das Gesetz tun. Wer das Gesetz tut, der soll leben. Wer das Gesetz nicht tut, wird nicht leben. Das hat mit Tun zu tun. Während im Neuen Testament geht es nicht ums Tun, sondern ums Sein, in Christus Sein. Und aus dem Sein raus auch natürlich dann handeln und leben. Aber der Glaube, der im Neuen Testament gepredigt wird, ist keine Anstrengung, keine Leistung, sondern ist ein Überzeugtsein von Fakten. Und wenn wir überzeugt sind von Fakten, dann kommt der Glaube ganz normal, weil Tatsachen sind halt, jemand wäre ja ein Dummkopf, wenn er Tatsachen nicht glaubt. Jesus Christus allein. Also auch so ein Thema, was eigentlich neutestamentliche Lehre ist, aber auch einen ganz großen seelsorgerlichen Impact hat. Weil man sagen darf, Herr, wenn du alles gemacht hast, dann ist alles gut. Dann ist alles bei dir. Mein Heil ist bei dir. Du ziehst mich mit dir. Dankeschön. Amen. Und das ist alles. Das befreit Menschen und freut Menschen. Und die Freude im Herrn, die ist die Stärke im Glauben. Nicht die Mühe der Anstrengung, die uns kaputt macht und traurig macht. Das war ein großes Thema. Die Wiedergeburt Jerusalems. Für mich das Zentralste, vielleicht sogar noch vor Daniel, obwohl viele Leute Daniel schneller nachvollziehen können. Für mich ist die Wiedergeburt Jerusalems der Schlüssel fürs Neue Testament. Der Schlüssel überhaupt. den man kaum überschätzen kann. Nicht, weil ich den jetzt gefunden hätte, sondern weil der so schön ist, weil der so wichtig ist, dass Jerusalem am Ende der Zeit wiedergeboren wird. Die Gemeinde begann in Jerusalem und die Gemeinde wird in Jerusalem auch wieder enden. Das ist schon alles. Das ist der ganze Gedanke. Und das Erstaunliche ist, dass dazwischen Menschen aus der ganzen Welt von Grönland bis zum Südpol zum Glauben an Jesus kommen. Das, was schwierig zu glauben ist. Dass am Ende der Zeit auch Jerusalem an Jesus glaubt, ist nicht so schwer zu glauben, wenn man genau hinhört und zuhört. Dann haben wir gemacht, die Rechtfertigung aus Glauben. Klassisches Reformatoren-Thema. Klassisch Luther. Rechtfertigung aus Glauben. Wie geht das? Wie funktioniert Erlösung überhaupt? Was hat Jesus da getan? Dann haben wir die Himmelreichsgleichnisse gemacht. Dann haben wir Glaube und Vernunft im Römerbrief. Paulus sagt im Römerbrief, ich rede auf Menschenweise. Und dann führt er Sachen aus. Und diese Formulierung benutzt er mehrfach. Auch für euch vielleicht als Info, wenn ihr einen Stift habt, notiert euch das kurz. Wenn Paulus sagt, ich rede auf Menschenweise im Römerbrief, wenn ihr das mal googelt oder in eurer Bibelsoftware sucht und seht, wie Paulus Vernunftsgründe, Logik gegen Geist und Glaube stellt. Und das gegeneinander zeigt. Gerade den Römern, die ja in philosophischen Themen auch gut geschult waren, und er zeigt, wie unser Verstand und wie unsere Logik am göttlichen Wort, naja, ich sag jetzt mal etwas falsch und verkürzt, scheitert und scheitern muss. Das haben wir uns angesehen. Die Vernunft ist nicht in der Lage, Gott zu erkennen. Trotzdem ist das, was der Glaube predigt, vernünftig. Und auch mit dem Verstand, Nus zu erfassen, im Geist und in Wahrheit. Das war auch, fand ich, für mich persönlich auch eine wichtige Bibelarbeit. Dann haben wir Petrus angeschaut, sieben Schritte zum vollendeten Glauben. Ja, reiche da in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Geduld und in der Geduld Erkenntnis und in der Erkenntnismäßigkeit und in der Mäßigkeit Gottseligkeit und in der Gottseligkeit brüderliche Liebe, Phileo, und in der brüderlichen Liebe, die Liebe ergabe. Das sind diese sieben Schritte, die Petrus da erklärt. Und hier haben wir uns angesehen, wie funktioniert das. Simson, Bild auf Christus. Dann nochmal so ein klassisch-reformatorisch-evangelisches Thema, wie wir glauben sollen, woran glauben wir überhaupt, was ist Glaubensinhalt. Das waren die zwei Zeugen. Ja, der Überrest in Israel, speziell in Jerusalem, die zum Glauben kommen. Der Tempel, die Gemeinde Gottes in Christus, ja, mit zwei Säulen davor, Jachin und Boas, die hiermit auch wieder in Verbindung stehen. Wirklich also sehr verschlüsselte Dinge in der Bibel, die auch mit der Wiedergeburt Jerusalems zu tun haben. Verlorene Sohn, Josef haben wir uns angeschaut, ein Bild auf Christus. Da haben wir mal was gemacht über Ehe, woher, wohin und wozu, obwohl ich muss sagen, ich bin da nicht gut in so Ehe-Themen. Das ist nicht so mein Thema. Ich freue mich über jeden, der darüber sprechen kann. Ich höre da gerne zu. Ja, mir ist dann auch wertvoll, wenn da jemand gut über eheliche Themen sprechen kann. Das ist nicht meine Gabe. Das liegt auch daran, weil ich so eine geduldige Frau habe. Wir haben sehr wenig Streit in unserer Ehe. Das liegt an meiner Frau. Und deswegen führe ich eine sehr, wie soll ich das sagen, eine sehr friedliche Ehe. Und deswegen habe ich wenig Erfahrung so mit ehelichen Auseinandersetzungen, Streitgesprächen, Mediation. Das ist auch so nicht unbedingt. Da fehlt mir ein Gehen. Also ich habe mich da so vorwärts gestammelt durch dieses Thema. Zu Ehe habe ich am liebsten zu sagen, ehe ich geboren wurde, hat mich Gott erkannt. Das ist das, was ich zu Ehe zu sagen habe. Aber da gibt es Leute, die wirklich da Begabungen haben zu. Und das ist auch sicher wichtig und auch gut, dieses Thema. Aber sowas haben wir uns dann auch mal angeschaut. Epheser, Philippo, Kolossabrief haben wir durchgemacht. Und das haben wir uns auch angeschaut. Das war das Standbild. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Römisches Reich und zum Schluss Europa. Und dann haben wir uns die vier Weltreiche angeguckt und ob das alles sein kann. Und dann hat der Wald ein langes Gedicht geschrieben über das Standbild von Daniel. Habe ich immer noch bei mir. Und teilweise habe ich Gedichte von ihm ja auch in YouTube vorgelesen, weil ich finde die einfach klasse. Israel und die Gemeinde, Heilsplan haben wir uns angeschaut. Was ist Dispensationalismus? Der Einschub der Gemeinde hier in die Israelsgeschichte. Die Israelsgeschichte wird hier unterbrochen und hier in der Endzeit wieder begonnen. Und das haben wir uns mal alles so angeguckt, dass man mal so ein bisschen im Kopf hat, wo befindet man sich überhaupt und welche Struktur gibt es in der Bibel? Wie passt das alles zusammen? Was gehört wohin? Was gehört in welchen Heilshaushalt? Und da leiten sich ja auch Sachen davon ab. Gilt das Gesetz noch für uns? Viele Christen ja sagen, das Gesetz gilt für uns heute noch. Wir müssen das Gesetz halten. Speisegebote, Sabbat halten und so weiter. Wo ich sage, das ist vorbei. Wir leben nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern, sondern wir leben in den neutestamentlichen Wesenheiten des Glaubens. Das ist der Unterschied zu Israel. Israel lebt im Sichtbaren und wir schauen auf das Unsichtbare. Das Priestertum, was Israel gegeben war, das aronitisch-levitische Priestertum, ist beendet und abgelöst worden von einem ewigen Priestertum nach der Weise Melchisedex. Also wie gehen wir mit dem Gesetz um? Gilt das Gesetz noch für uns? Gelten die Speisegebote noch für uns? Gelten die Opferrieten noch für uns? Und da kann man eigentlich sagen, nein, wir haben ein neues Gesetz, weil wir ein neues Priestertum haben und das neue Gesetz, das wir haben, ist nicht in Buchstaben gestellt, sondern ist das Gesetz des Geistes, ist das Gesetz Christi, ist das Gesetz der Freiheit. Das heißt, das, was Jesus tut, das tun wir auch und das, was Jesus nicht tut, das tun wir nicht. Was Jesus von uns will, tun wir, was Jesus nicht von uns will, tun wir nicht. Wir tun nicht etwas, wir sind. Israel wollte und sollte Gottes Wort tun und wir sollen etwas sein, nämlich von Neuem geboren. Und wo jemand neu ist, tut er auch neu. Das ist der Unterschied zum Alten Testament zu Israel. Die Rabbiner fauchen, wenn sie das hören. Die Christen haben gesagt, wir haben Gottes Geist und wir sind wiedergeboren. Das hat dem Judentum gefehlt über 1200 Jahre, bis Maimonides irgendwann in Talmud schreibt und dann später auch in der Kabbalah. Die Juden haben jetzt auch was für sich gefunden. Also die haben jetzt auch so etwas Ähnliches wie Wiedergeburt, die nennen das aber anders. Die sagen, wir haben den göttlichen Funken. Divine Spark, sagen die da im Amerikanischen zu. Die Kabbalah sagt, die Juden haben einen göttlichen Funken und die Goyin, die Heiden, haben eine dreistufige Seele und die Juden haben eine fünfstufige Seele. Die Christen, die glauben an einen dreieinigen Gott und die Juden glauben an einen zehneinigen Gott. Die sagen uns ja immer, das wäre nicht wahr mit dem dreieinigen Gott, aber sie selber haben ja mit den, in diesem Kabbalah-Baum hat man diese ganz, diese verschiedenen Gottheiten und Engelwesen. Die alleroberste ist Ein-Soph, das ist nicht Gott, ist nicht der Gott Abrams, Isaacs und Jakobs in der Kabbalah, sondern darüber ist der ohne Ende. Ein-Soph, das ist praktisch ganz oben im Kabbalah-Baum und ganz unten im Kabbalah-Baum ist die Shechina, Shechina. Sind ja unter uns, kann ich dann auch sagen. Nur mal so kurz eingeflochten. Die Juden sagen, dass die Shechina, die steht nicht in der Bibel, die Shechina. Die Shechina ist abgeleitet von einem Verb im Hebräischen, was so viel heißt wie Wohnen. Gott wohnte unter ihnen, Gott wohnte im Tempel und aus diesem Verb Wohnen ist das Subjektiv oder Substantiv der Shechina abgeleitet worden. Das wird auch von Roger Liby und so weiter immer wieder auch beschrieben, wenn dann die Wolkensäule vor Israel hergeht, aber diese diese Shechina an sich ist nicht im Tanach, nicht im Alten Testament, sondern im Talmud. Und die Juden sagen, dass die Shechina, nachdem Nebukadnezar den Tempel zerstört hat und die Juden in die babylonische Gefangenschaft geführt hat, dass die Shechina da mitgegangen wäre und dass die Shechina böse war auf Einzoth, auf Gott. Und dass die Shechina deswegen nach der Rückkehr Israels aus Babylon nicht mehr zurückgekehrt ist und nicht mehr in diesen Tempel, in diesen zweiten Tempel eingezogen ist, sondern dass die Shechina immer noch unter den Heiden ist. Und die Juden, die kabbalistischen Juden wollen gerne, dass die Shechina, dass der dritte Tempel gebaut wird, dass die Shechina wieder zurückkommt in den dritten Tempel und im Tempel mit Einzoth sich vereinigt. Sexuell. Und diese sexuelle Vereinigung, so sagt man, wird an der Klagemauer durch dieses Wippen dargestellt. Ob das so ist? Es ist eine Meinung dazu. Ich gebe euch das nun mal so weiter als Zitat. Das ist der Grund, warum die Juden immer, wenn die Juden reden im Oberkörper, das geht immer so hin und her. Könnt ihr gucken, wenn ihr googelt, YouTube, guckt ihr mal Rabbiner, guckt euch an. Die haben immer diese Oberkörperbewegung. Und in Wikipedia gibt es noch eine andere Erklärung dazu, die ist aber ein bisschen fadenscheinig, meiner Meinung nach. Aber so ist dieses Denken. Also die Juden sagen, wir haben auch etwas, wir sind zwar, in dem Sinne, nicht von neuem geboren, wir haben einen göttlichen Funken in uns, und dieser göttliche Funke, der muss wieder zum Leuchten kommen. Hat auch mit der Schöpfungsgeschichte zu tun in der Kabbalah, also Thema, wo man sich mal mit beschäftigen kann, aber auch nicht muss. Also sowas haben wir uns auch angeguckt, der Unterschied, was ist Israel, Gottes irdisches Volk, und die Gemeinde, Gottes Himmels Volk. Bileam haben wir uns angeguckt. Das haben wir auch noch mal gemacht, wie wir glauben sollen, Israel und die Gemeinde. Dann haben wir Siegel und Posaunengerichte, Abraham, Isaac und Jakob, drei Bibelstunden zugemacht. Dann haben wir einen ganzen Hebräerbrief durchgemacht. Haben auch so Sachen gemacht, die Endzeit mal im Überblick, also nicht nur so einzelne Punkte, sondern mal so einen groben Wurf über die Endzeit, was die Bibel dazu sagt, wie Christus wiederkommt, was auf die Gemeinde zukommt. Dann haben wir ein Thema gemacht, das fand ich für mich sehr, sehr wichtig. Hier die zwei Naturen im Kind Gottes. Alter Mensch, neuer Mensch. Alter Mensch, alte Natur, neue Natur. Der fleischliche Mensch und der geistliche Mensch. Der Mensch nach Adam und der Mensch in Christus. Zwei Naturen im Kind Gottes. Meine Frage an die Gesetzeslehrer, wenn gesagt wird, wir müssen das Gesetz des Mose halten, dann frage ich immer gern zurück und sage, wer muss das Gesetz des Mose halten? Mein neuer Mensch oder mein alter Mensch? Das ist ja eine Frage. Muss der neue Mensch das Gesetz Gottes halten oder der alte? Und dann sagen viele, ja gut, der neue Mensch, also der alte kann es ja nicht halten, ja und dann muss der Neues vielleicht tun. Ich für meinen Teil habe noch niemals, noch niemals gehört, wenn Menschen sagen, dass wir die Gebote halten müssen, den Sabbat halten müssen und die Speisegebote und es gibt ja allerlei Dinge, keine gemischteten Kleider anziehen und so Sachen, habe ich noch nie gehört, dass dabei mal unterschieden würde oder mal eine Anwendung gemacht würde. Wer muss mein alter Mensch das Gesetz halten oder der neue? Und Paulus sagt im Neuen Testament, der alte Mensch, der kann das Gesetz nicht halten. Deswegen übertritt er das Gesetz und deswegen muss er wieder zur Erde werden. Der stirbt. Der neue Mensch, da dreht sich die ganze Sache auf den Kopf. Der neue Mensch ist nach Christus geschaffen und perfekt. Wenn das Gesetz den neuen Menschen sieht, dann beugt sich das Gesetz und sagt, Entschuldigung, ich finde an dir keinen Mangel und keinen Makel, weil du bist nach Christus geschaffen. Ich wüsste nicht, wo ich dich kritisieren sollte. Das Gesetz ist ja von Christus gegeben. Und der neue Mensch ist 100% perfekt. Warum? Weil der aus Gott gezeugt ist. Das heißt, am neuen Menschen hat das Gesetz nichts auszusetzen. Noch viel schlimmer, das Gesetz gilt nur auf Erden und nicht im Himmel. Aber unser Bürgerrecht ist im Himmel. Also sind wir dem Gesetz abgestorben mit Christus. Unser alter Mensch ist mit Christus juristisch in den Tod gegeben. Und der neue Mensch lebt in Ewigkeit in Christus bei ihm. Also auch ein Gedanke, wo man sich mal mit auseinandersetzen kann. Auch eine Frage der Rechtfertigung des Glaubens. Wie geschieht Rechtfertigung? Freiheit vom Gesetz in der absoluten Bindung an Jesus. Diese absolute Bindung an Jesus ist das, was uns frei macht. Ja. Also zwei Naturne fand ich für mich sehr wichtig. Habe ich auch im Internet, wenn euch das interessiert, das Thema Gesetz und Gnade. Kann man in YouTube eingeben, ach im Kleingesetz und Gnade, dann kommt er da hin. Da gibt es so eine ganze Reihe von und das ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Auch biblische Lehre mit einem ganz starken seelsorgerlichen Nebenwirkung. Der Mensch merkt plötzlich, es ist alles gut geworden in Christus. Jesus hat mich freigemacht. Ich darf mit ihm leben und ich darf sein in ihm. Und wenn wir in Christus sind, haben wir nicht mehr vor, das Gesetz zu übertreten. Und das zu wissen von den zwei Naturen im Kind Gottes, der alte und der neue Mensch, die Freiheit in Christus zu Jesus gefunden zu haben und das heißt, der Mensch, der in Christus ist, der wird ganz natürlicherweise das Gesetz halten. Warum? Weil das in ihm ist. Die Juden, die sollen das Gesetz tun, die sollen das Wort im Alltag tun durch die ganzen Vorschriften. Aber wir essen das Wort. Die Juden sollen das Wort Gottes tun. Wir sind durch das Wort gezeugt. Die Juden sollen das Wort tun, aber in uns wohnt das Wort. Mehr noch, wir sind das Wort Gottes an die Welt. In Christus. Das was ganz, ganz anderes. Das ist ein ganz anderer Heilshaushalt, eine ganz andere Aufgabe, eine ganz andere Berufung und auch eine schönere Berufung, so wie Lea und Rahel. Die Lea, die Erstgeborene und die Rahel, die Hübsche, die Zweitgeborene. So ist der alte Bund im Vergleich zum neuen Bund. Wir leben nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern, sondern wir leben in den neutestamentlichen Wesenheiten in Christus, weil er uns durch seinen Geist lebendig gemacht hat und wir sein Wort verstehen. Trotzdem muss das Gesetz gepredigt werden in der Kirche, Sonntagmorgens im Gottesdienst. Du sollst dich lügen, du sollst dich stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst kein Falschzeugnis reden, gar keine Frage. Das darf angewendet werden und muss sogar. Warum? Weil die Gäste im Gottesdienst das Wort hören und das Wort sie trifft und das Wort sie ihrer Sünde überführt. Sie wüssten nichts davon, dass das Sünde ist, wenn es ihnen nicht gesagt werden würde. Also ich bin kein Anomist, das Gesetz hat uns Gott gegeben, aber dem Gerechten, der in Christus ist, dem ist kein Gesetz mehr gegeben, der ist dem Gesetz gestorben. Aber der Mensch, der natürliche Mensch, der in Gottesdienste kommt, dem darf und muss das manchmal auch gesagt werden. Das ist so, das ist die Aufgabe derer, die verkündigen. Vor vielen Jahren in Aachen hat mir jemand gesagt, du nimmst die Bibel wie ein Beil. Ich habe gesagt, ich nehme die Bibel wie ein Schwert und das war auch nötig, das war ein frecher Mann und manchmal gehört das auch dazu, dann darf man sowas auch sagen. Und manchmal muss man sehr feinfühlig mit Leuten umgehen und sehr liebevoll und manchmal muss man sehr geradlinig und das zu unterscheiden, das ist für mich Weissagung, da die richtige Balance zu haben, zu verstehen, wann sage ich wem was. Jemanden, der am Boden ist, der traurig ist, der ein geknicktes Rohr ist oder ein glimmender Docht, dass man dem hilft und dem zuspricht und sagt, wenn Gott für dich ist, wer will wieder dich sein? Und dem der Sünder ist, entweder verborgen als Heuchler oder als Lebemann ganz offen, dem darf man ganz offen sagen, wenn du so weiterlebst gehst, in der Hölle gehst verloren. Und das muss man manchmal und das sollen wir auch unschuldig sind an deren Seele. Also deswegen sage ich, die Gnade ist was Schönes und was Herrliches, aber Gott hat uns auch sein Wort gegeben, auch das Gesetz zu predigen und ganz klar zu überzeugen. Und manchmal muss man das tun. Frucht statt Werke haben wir gemacht, der blind geborene Himmelreichs Gleichnisse, 70 Jahrwochen, hoch komplizierte Sachen. Und dann haben wir Psalmen angeguckt, Psalm 18, Psalm 83 beim letzten Mal und heute Psalm 136. Jetzt sind wir wieder bei unserem Text. Und wisst ihr, wenn ich die Fülle sehe, und das war ja nur ein kleiner Ausschnitt aus Gottes Wort, die Bibel ist ja dick, das ist ja ein lebendiges Wort an uns, das wird gerade wieder lebendig, weil Israel da ist und weil das Judentum eine weltweite Renaissance erlebt und unter den Christen, speziell in Amerika, unter den evangelikalen Christen, viele ins zurückzieht. Das lebt ja wieder auf, unsere Zeit ist ja geprägt von diesen Themen. Trotzdem sehen wir diese ganze Fülle der Schrift und dann kann man vielleicht verstehen, warum hier jemand so ein Hallel betet, so ein Jubelpsalm, danket dem Herrn, denn er ist freundlich, ja, ewiglich wert seine Gnade, danket dem Gott der Götter, danket dem Herrn, der Herrn, ihm der große Wunder tut er allein. Der Himmel und Erde geschaffen hat, der Israel erlöst hat, Israel nach Hause bringt und der die ganze Welt versorgt und für alle Menschen für Essen und für Gutes sorgt, der große Geduld hat mit uns. Das macht Gott auch mit uns, mit der Gemeinde Jesu. Und Gott führt seine Gemeinde Jesu auch nach Hause, auch durch so Zeiten wie jetzt, die vielleicht noch ruppiger werden, als wir das vielleicht jetzt schon haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir ein paar sehr ruppige Monate vor uns haben. Das könnte ich mir vorstellen. Und ich sage euch auch, als meine Geschwister unter uns, seit einigen Wochen gehe ich mit dem Gedanken, stehe ich damit auf und gehe damit zu Bett, als Israel von Gott abgefallen ist, da hat Gott den Nebukadnezar geschickt und den Salmanasser. Gott ist nicht persönlich vom Himmel gekommen, sondern er hat sein Volk in die Hände der Nationen gegeben. Und wenn heute Europa und speziell Deutschland sich so von Gott abgewendet hat und abgefallen ist, dann gibt Gott den Menschen in die Hand der Menschen und dann passieren so Sachen wie wir sie erleben. Das ist ein Gedanke, den gebe ich euch einfach mal so mit, ich mache da selber noch dran rum, da kommt natürlich sofort im Hinterkopf hoch, ist jetzt diese Sache, die wir da erleben, ist das ein Gottesgericht, ja oder nein? Soweit bin ich noch nicht in meinen Behauptungen, in meiner Sicht und meiner Überzeugung, aber wenn man mit Menschen heute in Deutschland über Gott redet oder noch schlimmer über Jesus, ist den ich glaube, dass ihr das irgendwo auch bestätigen könnt, wir sind ein gottloses, sehr anspruchsvolles und empfindliches Volk geworden, wir waren mal das Volk der Reformation und wenn ein Volk sich so von Gott abwendet, dann geht Gott irgendwann auch, ja, dann sagt Gott auch, wenn ich euch peinlich bin, seid ihr mir auch peinlich. Wir haben Endzeit und ich glaube nicht, dass wir Endzeit haben, weil wir so Situationen erleben, wie wir die jetzt gerade durchmachen, sondern ich glaube, ich für meinen Teil, das ist meine persönliche Meinung, ich für meinen Teil glaube, dass wir Endzeit haben, weil der Daniel sich so öffnet, weil wir den Daniel plötzlich auf eine ganz neue Art und Weise verstehen können, weil die Bibel sich bewegt. Deswegen glaube ich, haben wir Endzeit. Weil im Daniel steht, in Daniel 12, in der letzten Zeit werden viele kommen und in Daniel große Weisheit finden. Das würde ja bedeuten, dass in den Jahren vor der letzten Zeit alle Auslegungen zu Daniel mangelhaft gewesen sein müssten. Sonst könnte ja in der letzten Zeit nicht Leute über Daniel kommen und plötzlich noch viele Weisheit in Daniel finden. Das ist für mich ein Zeichen, dass wir Endzeit haben. dass Israel wieder da ist, ist ein Zeichen, dass wir Endzeit haben. Dann müssen wir auch damit rechnen, dass ein antichristlicher Geist in die Welt kommt und ausgegossen wird, ein Lügengeist und mit dem wir auch umgehen müssen als Kinder der Wahrheit. Und da wird noch einiges auf uns zukommen, glaube ich. Und im selben Atemzug möchte ich sagen, in der Bewährung erfährt man auch Bewahrung. Da, wo wir schwere Wege gehen, geht Jesus auch mit uns. Und vielleicht ist unser Glaube, der bisher sehr privat war und in vielen Teilen sehr theoretisch, weil wir in sehr liberalen Jahrzehnten gelebt haben, plötzlich auf den Prüfstand gestellt und wird sehr konkret. Und das tut uns gut als Christen. Das ist wie ein Training. Wir üben unsere geistlichen Muskeln ein Stück weit. Und was sehr schön ist, ist, dass Geschwisterschaft da sehr wertvoll wird. Dann komme ich auch zum Schluss mit. Ich bin ganz gerne zu euch gekommen. Mir war das auch nie Mühe. Ich bin nie zu Hause weggefahren, habe gesagt, wäre ich lieber zu Hause und würde Fernsehen gucken. Nie. Und ich komme immer noch gern zu euch und wir bleiben auch in Kontakt. Für mich war die Zeit einfach vorbei. Schon vor Corona. Also kurz bevor Corona anfing, habe ich schon überlegt, ob ich mit Andreas spreche und sage, Andreas, ich glaube, meine Zeit ist um. gesagt, Anja, ich habe irgendwie den Eindruck, die Zeit ist zu Ende. Und dann sagt, ich habe immer so gern dahin gefahren. Aber vielleicht ist für die Engelsbrander auch gut, die hören mal jemand anders irgendwie noch oder machen ein neues Thema. Das war so mein Eindruck. Und wisst ihr, was die Anja zu mir gesagt hat? Ich habe zu ihr gesagt, Anja, ich glaube, ich muss mit Andreas nochmal sprechen. glaube, die Zeit ist vorbei. Ich glaube, ich muss das beenden. Dann sagt ihr, ohne zu überlegen, hast du ihnen alles gesagt? Das fand ich toll. Ich habe andere Meinungen gehört. Das war eine super Reaktion. Meine Frau ist nicht da, kann ich das sagen. Wisst er warum? Weil das eine geistliche Frage ist. Hast du ihnen alles gesagt? euch vorenthalten. Aber das fand ich eine wichtige Frage. Und so muss man eigentlich auch mit dem Thema umgehen. Also ich muss euch ein großes Kompliment machen, dass ihr diese langen, langen, abende auch ausgehalten habt. Daniel war ja überlang eigentlich, hier die 70 Jahr Wochen. Dass ihr die Themen überhaupt mitgegangen seid. Und wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt. Und wenn ihr Sonntagmorgen Sorgen habt, dann ruft er mich gerne an. Kurt, ich fand es toll, dass du an den Abenden immer da warst. Ich habe das hoch geschätzt. Ich fand, ein Herde gehört zu seiner Herde. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ihr den Kurt als Pfarrer habt. Das sage ich jetzt mal, der Kurt da ist. Aber ich habe es immer sehr geschätzt, dass Gottes Segen und alles Gute und es ist ja kein Abschied kein grundsätzlicher Abschied aber die Reihe glaube ich ist gut wenn man die beendet. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall viel Gottes Segen und viel Kraft schließe hier ab gib mal die Runde frei für Fragen oder Kurt du übernimmst wieder Moderation und bitte schließe schließe